Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zum ersten Video auf diesem Kanal. Auf diesem Kanal soll es vor allem um einen Lemming gehen. Mit dem Lemming zusammen bin ich viel auf Springturnieren unterwegs, aber auch sehr viele Goalsiten. Ich habe schon sehr viele Vorstellungen, was ich auf diesem Kanal machen möchte, aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Vorschläge, könnt ihr die einfach in die Kommentare stellen. Voraussichtlich wird jedes Sonntag ein neues Video kommen, wenn ich genug Zeit habe und auch eine Idee gefunden habe. Ich hoffe, ich kann das jede Woche aufs Neue umsetzen. Wie gesagt, gehe ich sehr gerne auf eure Wünsche ein. Ich habe mir überlegt, dass ich auf diesem Kanal vor allem Turnierberichte machen könnte, aber auch mal eine Putzroutine oder eine Hall. Und ich habe euch auch auf Instagram gefragt, was ihr für die Wünsche habt. Haben wir die alle notiert? Und am meisten gewünscht war es halt für am Anfang, dass ich eine Vorstellung zum Lemming mache. Und das möchte ich auch nächste Woche machen und deswegen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt über eine Lemming, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre es dann auch schon gewesen mit diesem eher informativen ersten Video von diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt eure Ideen alle schon in die Kommentare geschrieben. In dem Sinne, tschüss und vielleicht bis nächste Woche. Okay.